So probieren wir das ganze bitte noch mal aus diesmal möchte ich gewinnen und vielleicht Vorher kommt noch das okay. Oh ein neuer angreifer und dann auch noch. Oh mein gott wer ist das nur wer ist das nur ist es vielleicht Ein kirby mutation nein es ist Es ist ein ladebalken kein balken ein lade screen Und ja es ist pummel auf Also wenn ich das nicht besiege bin ich schlecht vor allem das ist im nom im im Wie soll ich sagen im Ursprünglichen super smash brothers noch genau der allererste Gegner gewesen den man überhaupt Freischalten konnte Da muss man einfach nur den story modus durch spielen und dann war es das hier braucht man ein bisschen länger um auf pummelung zu treffen wow Ich glaube ich habe jetzt den besten charakter des ganzen spiels freigeschaltet Ja So dann wollen wir uns noch mal dem smash run widmen und diesmal vielleicht besser abschneiden Jetzt müsste ich eigentlich wieder voll drin sein ich hoffe es ich weiß es noch nicht Komm Gehen wir hier oben lang wer kommt und es sind kirby gegner und natürlich wieder bullet bills So geht es hier oben lang ja hier geht es auch lang So das hätten wir schon mal und ah nein verdammt Das war nicht so geplant So gebt mir alles was ihr habt gibt mir eure Upgrades gibt mir eure was auch immer alles Oh oh hier gibt es Was habe ich da gemacht Bom 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 So kleine upgrades sind auch ganz gut ich habe da gerade was bronzenes gesehen Oh nein ich will doch nicht so schießen Na ja was soll's Oh da ist einer in die luft gegangen Wie gemein Auch kann ich damit nicht aufhören Warm Ging ein bisschen zu langsam für meinen geschmack das wegschmeißen Das ging auch vorher nicht ich habe die taste wirklich gedrückt wie ich wollte konnte Nicht wie ich wollte ich konnte sie drücken wie ich wollte ja das konnte ich So Irgendwas steht da oben ich weiß noch nicht was Irgendjemand hat irgendwas und Wir haben hier einen eiskalten drachen mit weißem blick Nein wie hieß der nochmal Das Juvio Den haben wir gerade eben fertig gemacht Toll jetzt muss ich nur noch zusehen dass ich gegner finde da ist was Ausgerechnet jetzt wo ich am goomba dran bin Komm schon Oh ja der goomba ist gleich fertig Der will nicht mehr lang Dafür will ich gleich wieder Haben die mir da gerade meine upgrades aus dem leib geprügelt Ich glaub's ja wohl nicht So Hier gibt's was Hier ist eine truhe sogar Oh komm Verzieh dich Geht doch Wupp So wenn ich hier hochkomme Dann krieg ich bestimmt auch nochmal schöne upgrades Und wenn ich den kaputt mache sowieso Rums So Jetzt versuchen wir es mal hier hoch zu kommen Zack Ich hab den höchsten Berg erklimmt Ist das geil Oh Eins davon war fake Hey Das hat weh So Hier geht's aber weiter Boom Was Hab ich denn jetzt einen Stern Cool weiter geht's zum nächsten Oh nein Explodiert doch nicht mal Dieses Vieh So Hoppa Und jetzt kommen hier wieder Gegner Die müssen wir in einer bestimmten Zeit anscheinend Weckloppen Bumsi Die Bumsi So Und jetzt geht dabei noch alles einsammeln Boom Und wir haben's geschafft Das wollte ich doch gar nicht weghauen Das wollte ich doch gar nicht weghauen Nein, nein, nein Lasst mich in Ruhe Und zwar alle miteinander Schon zum zweiten mal weggehauen Und nur noch 45 sekunden zu leben Schadammt Genau Schadammt Ich weiß nicht ob ich ein Schimpfopf was oder verdammt sagen sollte Boom So Dich hau ich dagegen Und Haha Und du bist weg du Goomba Und Oh, es könnte noch was werden für mich Und vor allem Upgrades Upgrades habe ich wieder Ja, hier ohne Ende Fünf Sekunden noch Kann ich so lange noch einen abknallen Äh, nein Hier ist keiner mehr So Bin ich mal gespannt Wie gut ich abgeschnitten habe Im Gegensatz zum Rest Bitte Sehr gut Sieht gut aus Also ich habe in Äh, den meisten Eigenschaften Äh, doch Oh, jetzt geht's wieder da hoch Toll Aber da hat, äh Samus ja sogar Ähm Richtig Nen Vorteil Denn Sie kann ziemlich hoch springen Man sieht's schon Im Gegensatz Zu den anderen Höher So, ich wünschte natürlich Ich komm bis ganz hoch Aber ich glaub eher nicht Weil Ich werd wieder mittendrin Von irgendwelchen Bomben getroffen Und gleich kommt die erste Bombe auf mich runter Und dann war's das Für mich Na komm Na Man hört's schon Also es kommen zwar welche Aber Oh 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 Bin gespannt Ich bin auf jeden Fall Ich bin auf jeden Fall Ziemlich weit oben schon Da bin ich ja Wow Bin gespannt Wie weit ich noch komme Ah Jetzt wird's schon schwieriger Nein, 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 nein Das ist unfair Echt Aber trotzdem Also ich war definitiv viel weiter Als die anderen Und das reicht ja auch schon So komm Jetzt noch einmal zeigen Und dann Ich hab schon wieder was für Samus bekommen Ich glaube Die sind einfach dann doppelt Ich hoff's nicht So Hier gibt's dann noch eine Faust Und noch so anderen Kram Jedenfalls Ähm Einmal möchte ich's noch probieren Ich möchte nämlich auch das Rennen zeigen Aber vorher kämpfe ich gegen einen neuen Challenger Und wer ist es nur Wer ist es nur Hm Sah ja fast aus wie Wario Na dann los Bam Na Oh Der hat ein Der hat doch nicht etwa ein Motorrad Kann ich das aufnehmen? Ich kann es sogar nach ihm schmeißen Das ist ja cool Aber das ist irgendwie jetzt nicht Produktiv für ihn gewesen Hä Rums Kann er nicht endlich weg sein? Geht doch Oh Und wir haben Wario freigeschalten Oh weia wei Das würde ich auch gerne mal ausprobieren Aber erstmal möchte ich noch mal das Wario Ich möchte noch mal das Was ist denn das jetzt? Ich will meinen Satz zu Ende bringen Nochmal den Smash Run machen So Und äh Ja dafür gab's wahrscheinlich dann auch wieder ein Achievement Und wir haben hier übrigens Für den Fall dass wir mal eins nicht kriegen Einen Hammer Dann können wir einfach so ein Teil kaputt kloppen Also wenn ich das mal voll kriegen will Und mir fehlt nur noch ein einziges Dann nehme ich einen Hammer Ist das nicht der Ich sag nichts dazu So und es gab wieder irgendwas Neues Und es gibt auch was mit Komplett Bla blub Bla blub Bla blub So Uns fehlt natürlich noch ein Charakter Den ich auch irgendwann gerne freispielen würde Und das ist der Hund aus Duck Hunt Aber da müssen wir erstmal sehen So Ähm Nochmal Samus So Na dann Auf ein letztes Und dann lass bitte das Rennen kommen Bitte, 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 bitte Mit Sahne obendrauf Obwohl ich könnte das ehrlich gesagt Die ganze Zeit machen Oh außerdem Es kommt grad Mega Man Musik im Hintergrund Ah Mist Jetzt ist sie weg Jetzt ist sie wieder da Was denn nur hier Entscheide dich wo du hin willst Rums Ah schön Das gab gut Das gab gut Punkte Ja Nur da musste ich jetzt Aufpassen ein bisschen Oh da gibt es Upgrades Nicht nur Also alle möglichen Auch Auch welche Die auch wirklich Richtig Für immer Upgraden So Und Dann will ich am Ende Auch mal sehen Ob da was brauchbares Dabei war Vor allem Oh hier wieder eins Ich frag mich Die Gena bestimmt auch verloren Wenn ich sterbe Also zumindest Ein paar davon Na komm Es kann wohl nicht wahr sein Dass ich das ding nicht treffe Das gibt es doch nicht Nein Ich will da nicht hoch Rums Ja da gibt es Da gibt es wieder was Schön So jetzt will ich hier aber runter Ach Okay gehe ich da rein Und hier wollte ich was Genau Ich wollte nämlich einfach mal Zack Das Zeug haben Ja so holt man sich das nämlich am besten Anstatt man sich immer wieder hochschießen lässt Nein Ist eine schlechte Idee Das dauert zu lang So die sind übrigens alle anscheinend über mir Wie ich das sehen kann Oh oh Rums So Ja Jetzt ist mir doch glatt was ausgegangen Und zwar Die Sachen die ich auch sammeln kann Hey Was ist denn das für ein Vieh Das macht Schlafpuder Für mich Das gibt es doch nicht Oh nein Das gibt gut Punkte für mich Und Einen Stern habe ich auch noch Jetzt kann ich hier unten lang Wenn ich will Wollen würde Ja Boom So und hoch hier Das sieht nach einem guten Run aus Meist Außer natürlich Dass ich jetzt gestorben bin So habe ich was verloren dadurch Oder Wieder zurück Gucken wir mal Gehen wir doch mal Ich will da hoch Und ich will mal sehen Wo ich hier bin Überhaupt Gerade Kann natürlich auch sein Dass hier irgendwo schon jemand gequilliert hat Wo ich bin Das weiß man alles nicht so genau So Den will ich haben Nein Ich wurde woanders hingeschickt Verdammt Oh 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 Hier geht es nach oben Hier kriege ich erstmal Ein paar Gegner Aua Haben die mir jetzt was geklaut Oder habe ich das Von denen bekommen Nein Nicht schlafen Rums Oh nein Ich will da hoch Ich will da bleiben Nicht weghauen Nicht Ach man Okay Hätte ich es mal lieber gelassen Ich weiß es nun Ja Was ist das eigentlich Oh Shit Das ist ein großer Aber Nein Den schaffe ich definitiv nicht Würde ich sagen Nicht rechtzeitig Oder Ich habe ihn Und ich habe ordentlich Punkte bekommen damit Oh nein Noch so einer Ne den mache ich nicht Außer es ist ein kleinerer Und der macht vielleicht auch nicht so viel Schaden Nein Tut er auch nicht Also der andere war Lass ich nicht Kam mir schlimmer vor So Boom Und lass es bitte wirklich jetzt das Rennen sein Ich hätte jetzt voll Bock auf das Rennen Da sehen sie alt aus Okay Jetzt wäre es eigentlich ein Kampf Was Ja Ich glaube es ist auch ein Kampf Ich habe da einfach kein Glück Und ich will es nicht nochmal drauf ankommen lassen Tut mir leid Ich bin nämlich wieder eine halbe Stunde Und da muss man nicht immer das gleiche machen Wow Aber ich kann jetzt echt hoch springen Ich sollte vielleicht nicht zu hoch springen Oder das nicht versuchen zumindest Nein Ich bin schon mal aus dem Ring Das gibt es doch nicht Rums Einmal aus dem Ring bitte Und Rums Ich kann doch nicht nur einen Kill machen Ja Es geht doch Ein Treffer Oder was auch immer So Nummer 3 Hier bin ich auf jeden Fall Hey Hey Zum Glück ist Äh So Ich bin ja nicht noch am ausgelandet Sonst hätte ich vielleicht bangen müssen Oder Schauen wir mal Hm Ne Gar nicht So Oh Wir haben wieder eine Mie-Mütze Aber leider anscheinend keine neue Und dann haben wir hier noch einen Eigentlich Eifelturm Aber das ist einfach der aus Illumia City Die